hallo leute herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute spielen wir mal wieder starstable online ich wollte heute mal ein bisschen mit euch reden und auf jeden fall noch viel growth und gucken ob ich mir ein pferd kaufe weil ich weiß nicht ob ich mir eins kaufen sollen ja dann nur noch irgendwas mit 40 star coins ist halt ein bisschen kacke heute ist ja freitag also morgen gibt es da ich würde jetzt aber mal nach silverglade und da dann nach figo fahren zu den curly hauses ich finde sie so süß ich überleg mir echt ob ich mir einen kaufe aber ich hätte dann mega wenig star coins oder wisst ihr ob bald neue pferde rauskommen oh gott jetzt es ist so schwierig oh leute eine freundin ist gerade von mir und mit der habe ich gestern ein video gedreht wenn ihr das nicht gesehen habt das sind komische verstecke dann schaut auf jeden fall gerne da mal vorbei und leute bitte seid nicht sauer wenn ich heute kein pferd kaufe aber ich werde wenigstens mal gucken und zwar wärs dann hier ein curly haus ich steig mal an vielleicht kennt ihr das wenn ihr euch daneben stellt und dann ist es einfach viel leichter sich zu entscheiden ich weiß das ist kein curly haus ich hatte schon mal zwei im auge aber ich glaube eins würde ich mir kaufen ich hatte das dann am auge aber irgendwie habe ich mich dann für ein anderes wünschen wie das hier so knopfig 850 ich gucke mir hier mal das pferd von hinten an das ist so schwierig Curly haus das ist Curly haus so was ist das nordwegisches Kaltblut blut so das wäre billig aber kann Curly haus hm also so schwer und jetzt werdet ihr bestimmt hier wo ihr es halt guckt denken jetzt entscheide dich mal immer nehmen wie du es kaufst nein ich glaube ich werde keins kaufen doch ich werde natürlich eins kaufen aber heute leider nicht vielleicht morgen weil morgen habe ich Starcoins also morgen ist Starcoins Wochenende ja wow wow hier gibt es ja echt schöne Sachen ok die Sachen sind und dann wird das ähm belegen schön naja mhm so also ganz meins ist es jetzt nicht ähm ich gehe mal hier zum Briefkasten ich weiß nämlich gar nicht wo der ist ähm weil mir hat eine also ich habe meiner Freundin äh ein Brief geschrieben dass ähm das Video on ist ne ich schreibe hier kürzlich aber das ist ok ok ich gehe hier mal direkt zum Frisurer weil ich wollte mir eigentlich eine neue Frisur kaufen mhm ok aber ich glaube es wird nicht so ein Topf Schnitt ok nein danke und dafür 80 Euro äh 80 den braun orange gelb blau es gibt sogar es gibt blau pink es gibt pink lila es gibt lila rot grün gibt es nix grau gibt es nix schwarz schwarz gibt es weiß gibt es ah die ist aber auch so ok also wenn ich hier zu lang bin dann will ich irgendwann eine kaufen und ich glaube das finde ich so gut ah ok dieses Video ist sehr kurz auf jeden Fall werde ich hier bei den Curly Hoses mein Video beenden wahrscheinlich werde ich es dann im nächsten Video kaufen ich wünsche euch noch viel Spaß am heutigen Tag und haut rein und ciao tchau 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 tchau